beim freunde hoch die hände wochenende halleluja endlich freitag und lang ist nicht mehr hin bis ufc 300 hoffentlich richtig geiles event ich gehe davon aus meine prognose werde ich am samstag morgen hochladen und heute will ich euch noch etwas belästigen mit meinen antworten zu euren fragen und ohne großes blabla denn das kommt gleich noch springen wir rein und fangen erst mal ganz easy peasy an mit dem enrico da lehne ich mich wieder zurück in meinen knarrenden stuhl michael bisping in seiner prime gegen marvin vettori wen siehst du bei diesem kampf als sieger rausgehen im mittelgewicht michael bisping ehemaliger champion account in seiner prime jetzt die frage war er in seiner prime mit nur noch einem auge als er nicht mehr wirklich gut sehen konnte als er champion geworden ist oder gehen wir ein bisschen vorher ich denke bisping mit seinen fähigkeiten wenn ich ihn beschreiben sollte irgendjemanden der ihn gar nicht kennt dass man auch vielleicht ohne das herausragendste talent und das sage ich jetzt vorsichtig weil natürlich ist bisping verglichen mit dem durchschnittlichen kämpfer ein ausnahme talentierter fighter aber ich glaube im vergleich mit anderen kämpfern die champion geworden sind war vielleicht bisping jetzt nicht derjenige der die größten genetischen körperlichen vorteile mitgebracht hat der vielleicht das größte talent mit in die wiege gelegt bekommen hat das ist in diesem fall ein großes kompliment weil bisping für mich der beweis ist dass man mit sehr sehr vieler harter und solider arbeit extrem weit kommen kann in diesem leben und bisping ist für mich da definitiv ein paradebeispiel war nicht der härteste puncher war nicht der härteste kicker war nicht der schnellste fighter hatte nicht die besten submissions hatte nicht das beste ringen nicht das beste defensive ringen war nicht derjenige mit dem besten kind also in keiner disziplin wo ich sagen würde boah das ist definitiv non plus ultra und der gold standard aber ein sehr ausgeglichener fighter und auch hier passt das wieder zu dieser ich nenne es jetzt einfach mal arbeiter mentalität ausdauer war mit sicherheit einer seiner größten plus punkte die hartnäckigkeit auch immer wieder aufzustehen nach rückschlägen immer dran zu sein immer den gegner zu beschäftigen großen output zu haben also viele treffer anzusetzen das hat bisping für mich ausgemacht und hat ihn für so ziemlich jeden auch zu einem sehr unangenehmen gegner gemacht bisping ist immer da gewesen der war immer in deinem gesicht der hat immer versucht irgendwas zu kreieren hat er natürlich auch absolute glanzmomente wie gegen luke rockhold wo einfach left hook larry rauskam und boom er rockhold schlafen geschickt hat also das vielleicht so meine meinung zu bisping oder wie ich ihn beschreiben würde auch wenn ich vielleicht hin und wieder so wie jetzt auch hier sage nicht der talentierteste fighter oder ja der dan hannerson knockout ist einfach vom ablauf her einer der geilsten knockouts für mich das hat jetzt aber nichts mit mich bisping zu tun also ich will nicht schlecht reden natürlich ist das einer der auch jetzt noch mit 43 44 99 prozent der kampfsportler da draußen die hose einmal auf links dreht ohne große probleme dafür ist einfach zu fit und mittlerweile läuft er ja wahrscheinlich auch als halbschwergewicht oder sogar schwergewicht rum kommen wir zu marvin vittori der absoluten eisenschädel hat und gefühlt auch sehr sehr selten müde wird starkes grappling hat reicht das grappling ist er explosiv genug um bisping auf den boden zu bringen ich glaube dass kickboxen von bisping würde hier dafür sorgen dass er zwar man nicht auslocken wird aber dass er punkte sammeln wird runde um runde und ich kann mir gut vorstellen dass bisping hier mit einem punkte sieg davon kommen wird gegen vittori einfach weil seine stärken da glänzen können gegen marvin marvin auch ein fighter der jetzt nicht unbedingt aufs finish geht auf den kill geht und den fight mit letzter konsequenz beenden möchte und ja wenn er sich mit bisping auf und point fighting duel einlässt glaube ich wird das eher zu seinem nachteil ausgehen also das ist ein fight da sehe ich eine decision für michael bisping 3 0 9 mit der nächsten frage das ist eine frage da muss ich auch mal wieder so ein bisschen video material oder zumindest bildmaterial zeigen die lesen wir uns mal die frage vor moin moin welche kämpfe sind für dich vom hyper wahnsinnig große kämpfe die dann aber nicht so abgeliefert haben wie der hype es versprach schönes wochenende danke das schöne wochenende wünsche ich dir natürlich ebenfalls wahrscheinlich auch bei dir mit ufc 300 ich habe mir da jetzt einige falls rausgesucht mir da wirklich mal versucht ein paar gedanken zu machen wir gehen weit zurück in der historie in der ufc teilweise auch ein paar aktuellere fights mitgenommen die frage ist jetzt immer bei hype mit welcher erwartungshaltung geht man ran also ich habe den ein oder anderen fight dabei wenn einige sagen ja packen willst du eigentlich da war doch richtig geiles finish ja war es auch aber man hat vielleicht oder ich in diesem fall sehr subjektive wahrnehmung einfach ein stück weit was anderes erwartet unter anderem auch bei diesem fight george st pierre gegen bj penn zur damaligen zeit ein absoluter super fight und der erste kampf ging über drei runden und war eine sehr knappe nummer da gibt es nicht wenige die sagen wo eigentlich hätte bj diesen fight gewinnen müssen über die punkte hat er nicht und dann gab es hier halt diesen angesprochenen zur damaligen zeit super fight und das wurde natürlich noch ein bisschen befeuert ich meine dass bj jetzt vorzuwerfen natürlich versucht er damals auch ein bisschen hype trash talk zu kreieren aber ist natürlich so eine sache wenn du vorher sagst george dieser fight der wird bis zum tod gehen also bis zum äußersten und dann fällt halt deine ring ecke vor ich glaube vor der fünften runde die entscheidung nein will es geht nicht in die fünfte runde also es geht nicht nur nicht bis zum tod sondern auch nicht bis in runde fünf hinterlässt dann vielleicht so einen kleinen nachgeschmack und ja der fight an sich war anders als der erste fight eine sehr sehr eindeutige nummer gsp ob beim striking ob körperlich beim clinch mit seinem grappling als er mehrfach bj penn auf den boden gebracht hat mit ground and pound ihn mal trittiert hat er hat bj in diesem fight einfach von a bis z gebrochen ihm keine chance gelassen und ja das war ein fight dann hat man vielleicht einfach auf augenhöhe erwartet bj penn da erinnere ich mir auch immer wieder an so ein zitat von von dana white als bj penn bei der ultimate fighter coach gewesen ist und er mit einem trainiert hat aber schon längere zeit glaube ich trainiert hat und der arbeit hat dann auch die frage gestellt how do you train also wie trainiert sich übersetzt wie trainierst du unter oder mit bj penn und hast null ground game wie funktioniert das weil bj damals schon bekannt gewesen ist dafür dass er ein sehr sehr gutes ground game auch selber eine sehr sehr gute guard hat das kam mir gegen gsp dann konnte überhaupt nicht mit glänzen und ja es war eine sehr eindeutige nummer und dann halt noch mit einem finish wo wir gedacht haben ja ich dachte geht bis zum tod ich meine natürlich hat keiner gehofft dass es bis zum tod geht aber ja dann hat vielleicht auch die ringenke die richtige entscheidung getroffen zu sagen aber du bist aussichtslos liegst du hinten wir lassen es lieber sein anderer fight springen wir mal ein bisschen die neuere ufc zeit ufc 266 nick diaz robbie lawler zwei wenn man sich natürlich den ersten fight noch mal vor augen führt der deutlich länger zurück liegt wo ja nick robbie aussnocken konnte bis heute glaube ich denken viele das war ein jab glaube es war einfach nur ein kurzer haken und ja das war auch ein fight wo wir vielleicht was anderes erwartet haben noch mal so nostalgie trip wo wir die hoffnung hatten alterstechnisch das passt ungefähr den rückkampf jetzt auch zu machen macht durchaus sinn weil nicht irgendwie der eine fighter 29 ist er war beim ersten aufeinandertreffen irgendwie 19 der andere weiter war 29 und ist jetzt 39 da passt es dann nicht nein das hat eigentlich so von der altersstruktur gepasst aber von der körperlichen form einfach nicht nick sah so leid es mir tut weil ich ein großer fan bin von nick diaz langsam aus außer form aus natürlich hat man irgendwo noch die grundzüge erkannt von nick diaz das ist ein herausragender fighter ist und dass er auch kämpfen kann aber ja das war einfach ein fight der sehr viel zu wünschen übrig ließ und ja der endete dann auch relativ unspektakulär mit einem finish für robbie laura nachdem man nick dann hier einfach malträtiert hat und nick quasi dann einfach nicht mehr aufgestanden ist und gesagt hat okay komm ich habe einfach hier genug mit sicherheit auch nicht das erfüllt was wir uns vielleicht erwartet hätten tito ortiz gegen ken shamrock eventuell könnte ich da auch die ganze fehde mitnehmen weil auch hier ultimate fighter und ihr seht es gab durchaus seiten da hatte der ultimate fighter noch einen viel viel größeren stellenwert wenn wir uns an boris griffin gegen stephen bonner zurückerinnern einer der größten falls eine der wichtigsten fights in der ufc geschichte wenn wir uns an die fehde zwischen tito ortiz und ken shamrock zurückerinnern oder generell zwischen tito ortiz und dem lion stan dem gym von ken shamrock das war schon da war böses blut mit involviert und der erste fight zwischen den beiden der ging noch so dass ja beide waren richtig aufgeladen und ken shamrock hat sogar geschafft tito ortiz früh noch anzuklingeln schlussendlich dann doch die power von tito ortiz zu viel gewesen ja der zweite fight kennen kam zwar auch hier noch relativ wild raus aber wurde relativ schnell von tito im clinch ja ruhig gestellt auf dem boden gebracht ground and pound gefinished also das ich weiß nicht genau wie lange es ging aber nicht sonderlich lange ja und das war einfach so eine nummer beim ersten mal hat man vielleicht nur gedacht er kennt ihn zumindest auch angeklingelt kurz runter geschickt zumindest aufs knie geschickt beim zweiten mal war es dann einfach viel zu eindeutig ja und das trug sich dann auch auf die weiteren falls irgendwie fort da hätte ich mir halt so einen richtigen krieg einfach gewünscht der bis in runde drei vier oder fünf geht ich weiß gar nicht ob der damals überhaupt über fünf runden angesetzt war aber ja auch nicht so abgeliefert wie ich mir das auch da versprochen habe aber mit einem eindeutigen sieger corner gegen josé aldo davon jetzt von einem von im stinker fein zu sprechen ist schon natürlich ein bisschen unverschämt weil es unglaublich wichtiger baustein war für die legendenbildung von conor mcgregor da reinzukommen nach wahrscheinlich der geilsten promo presse tour die es je gegeben hatte in der geschichte der ufc nach so viel trash talk nach so viel sprüchen dann so abzuliefern ihn mit einer sequenz auszunocken dem linken haken man hat es tausend mal vorher gesehen dass er backstage noch ein studiert hat ich glaube auch bei seinem letzten cage warriors fight hat er genauso seinen kampf gewonnen natürlich hat das den legenden status absolut den grundstein dafür gelegt aber ich hätte und ich glaube conor mcgregor hat selber ähnlich gesehen er hat ja auch nach dem fight gesagt er glaubt natürlich das resultat wäre kein anderes gewesen aber josé aldo hätte verdient dass der fight ein bisschen länger läuft nicht 13 sekunden die frage ist natürlich was trägt zu so einer legendenbildung mehr bei ich sag mal für den gelegenheitsfan da wird immer im geschichtsbuch stehen boah conor mcgregor josé aldo doch was willst du mit diesem vergleich der hat ihn doch auseinander genommen 13 sekunden länger hat er nicht gebraucht beeindruckender ist es auch für mich wenn es nicht so ein schneller knockout ist sondern wenn es vielleicht so eine nummer wird wie gegen eddie alvarez ich persönlich denke auch wenn das der medien hype hier vielleicht größer gewesen ist weil 13 sekunden josé aldo 400 jahre vorher unbesiegt gewesen gegen eddie alvarez war das wirklich eine machtdemonstration auch hier von a bis z und er die hat alles versucht also er die hat versucht mit mit low kicks zu agieren er hat versucht in den clinch zu kommen auf takedowns zu gehen mit ihm ins striking zu gehen alles erfolglos geblieben conor hat ihn da einfach rasiert ohne seife und das ist so ein fight mit sicherheit kann man im anschluss dann auch sagen ja war ein matchup was conor entgegengekommen ist unabhängig davon muss du erst mal so abliefern und das war ein fight da waren eigentlich nicht viele fragen im anschluss offen da war nicht viel offen mit ja hätte er das machen können hätte er jenes machen können oder mit einer anderen verfassung auch eddie alvarez hat eigentlich nicht großen rückkampf gefordert das war eine sehr beeindruckende sehr eindeutige nummer und hier bei josé aldo auch ich hätte einfach gerne mehr von diesem fight gesehen ich hätte einfach gerne zweite dritte vierte vielleicht sogar fünfte runde gesehen das hätte auch das potenzial für mich gab ein richtiges hin und her zu werden oder vielleicht eine absolute machtdemonstration von conor oder von josé aldo das ist in eine richtung sehr deutlich geht so glaube ich diese 13 sekunden so ikonisch das jetzt auch ist im nachhinein hat uns doch beraubt von einem potenziell sehr geilen fight und auch hier wieder ultimate fighter rampage russia mittlerweile hat sich die beziehung von beiden bisschen geändert glaube ich sogar dicke buddies geworden aber damals kein gutes haar ein aneinander gelassen permanent auch im gesicht ist also wie hier so lief gefühlt die ganze auto mit fighter staffel zwischen den beiden ab rampage sich kontinuierlich darüber lustig gemacht dass russia ausgenockt worden ist und ja dann kam es schlussendlich zum fight zwischen rampage der ja selber auch ein ringer background hat aber auf seine vollste vertraut russia der auch in seiner prime exzellenter fighter gewesen ist auch ein sehr sehr ausgeglichener kämpfer also von ringen wie in diesem fight was man ihm zu gut halten muss er hat die richtige taktik gewählt zu einem krassen knockout gegen chuck ledale aber das war halt hier auch ein fight da hätte ich mir auch was anderes gewünscht als relativ viel clinch und relativ viel ground and pound oder noch nicht mal ground und pound sondern einfach nur halten auf dem boden zu sehen ja rampage hat es ich glaube nicht wirklich geschafft ich glaube einen halben treffer irgendwie in den kompletten im kompletten fight ansonsten war das sehr sehr viel russhard evans sehr sehr viel clinch und ja natürlich bei so einer rivalität hofft man dann immer einmal dass der fight jetzt nicht nur kurz ist aber dass wir sehen bar meiner wird ausgenockt oder es gibt niederschläge und der andere kommt zurück plötzlich wird der andere angeklingelt das ist immer so die die vorstellung im kopf und ja auch der fight hat meine erwartungen ich glaube die erwartung von vielen anderen also nicht hundertprozentig erfüllt springen wir weiter zu anderson silver und den ich gleich noch mal mit auf der liste habe und chris whiteman teil zwei hier vielleicht auch ein bisschen voreingenommen meinerseits weil anderson damals für mich der absolute lieblingsfighter also als ich das erste mal die spinne habe kämpfen sehen sofort an dem band gezogen auch das ein typ so in vielenfalls wenn er wirklich blut irgendwo gerochen hat unbarmherzig hinterher gegangen also so wie er chris lieben und rich franklin abgefertigt hat wenn der typ gemerkt hat also zwei möglichkeiten wenn er jetzt gemerkt hat du bist auf wackeligen beinen dann ich weiß noch nicht was schlimmer ist ich glaube schlimmer ist das was forrest griffin erdulden musste dann wirst du da noch lächerlich gemacht und der macht eine geile show draus hat fast noch mitleid mit dir hilft dir das ein oder andere mal nach dem knockdown noch nach oben oder du wirst halt komplett zerrupft wie chris lieben und wie rich franklin der fight gegen chris whiteman der erste fight da hat anderson silver und das hat er nicht nur gemacht um whiteman lächerlich zu machen sondern weil er wusste whiteman ist ein unangenehmer gegner mit seinem ringen mit körperlicher stärke mit schweren fäusten er wollte ihn in einen offenen schlagabtausch reinlocken ging nach hinten los anderson silver wurde kalt ausgenockt das erste mal so in seiner karriere weil er einfach rumgeklaunt hat es soll jetzt keine ausrede für den fight sein er hat sich ja was davon versprochen dann schlussendlich whiteman auskontern zu können aber hat es irgendwann so weit getrieben dass der dass die beine schon so weit wegfahren vom oberkörper der fast gar keine möglichkeit mehr hatte irgendwo anders hinzugehen auf jeden fall gut abgehakt rumgeklauen vielleicht eine andere taktik warten wir auf den zweiten fight und ich meine jetzt nicht nur dass das finnisch an sich das tut natürlich weh wahrsten sinne des wortes dass er sich das bein gebrochen hat aber whiteman hat in runde 1 anderson silver erneut angeklingelt im clinch zu boden geschickt ja und dann einfach in der ersten runde komplett dominiert nichts so gut wie nichts hat für anderson silver funktioniert in diesem fight und hier sehen wir auch noch vito belford und das war das wäre ein sehr interessanter fight gewesen das war nämlich noch trt vito also auf testosteron ersatztherapie und dem hätte ich gute chancen auch gegen chris whiteman ausgerechnet zumindest in der ersten runde da war vito absolut gefährlich hier sehen wir noch mal quasi rückwärts hier die gehlenschlitzer symbolik von vito belford aber auf trt wäre das ein guter gegner gewesen für whiteman da wir dann schlussendlich den vito bekommen haben der trt nicht mehr nutzen durfte was ja im endeffekt dann auch richtig ist wenn es ein unfairer vorteil ist und der ein bisschen aussah wie luftballon aus dem du wenig die luft rausgelassen hast ja war das auch ein fight der dann da nicht mehr so viel hype in mir ausgelöst hat zurück zu dem fight hier in runde zwei relativ schnell gab es dann halt den beinbruch chris ja natürlich blöder nachgeschmack weil er da feiernd einmal durchs oktagon gelaufen ist er hat glaube ich die tragweite nicht sofort verstanden ist im anschluss ja dann auch zumindest hingegangen zu anderson silver als er es dann gesehen hat da hat es ihm dann doch ein stück weit leid getan gut er hat diesen diesen kick halt gut gecheckt muss man dazu sagen also es war ein check mit dem knie von chris whiteman white man hat auch in einem interview danach gesagt was für anderson silver eigentlich das einzige was funktioniert hat im ersten fight waren die low kicks daran wollte man arbeiten ja und das hat man dann ganz gut gemacht indem er da wie wirklich diesen kick ein stück weit gecheckt hat mit dem knie nicht unbedingt das finish sondern auch davor dass anderson silver hier gefühlt einfach chancenlos gewesen ist nach so einer langen regentschaft als champion dass er teilweise so unverwundbar aussah und immer noch was aus dem hut gezaubert hat ja wurde auch hier von whiteman da dann einfach unabhängig vom finish rund gelutscht in diesem fight anderer fight auch hier wir haben ein brutal geiles finish gesehen in diesem fight perfekt gestoppt diesen front kick zum gesicht knockout ich glaube einer der ersten den wir in dieser form und bei so einem wichtigen fight gesehen haben anderson war einfach in seiner prime absolute legende für mich aber die fast dreieinhalb minuten davor waren halt tänzeln tänzeln abwarten tänzeln maß nehmen ich meine zum schluss kann man sagen hat anderson ja alles richtig gemacht dass er so viel getänzelt hat weil er einfach nur den abstand eingeschätzt hat und dann auf die richtige moment gewartet hat aber das war auch ein fight von zwei herausragenden strikern die sich da da ein stück weit gegenseitig neutralisiert haben weil keiner irgendwie die deckung fallen lassen wollte und auch hier hätte ich mir einen anderen fight gewünscht ein vitor der mit mehr zuversicht reingeht in diesen fight ein anderson silver der vielleicht mehr risiko geht aber gut beide wussten die gefahr des gegners einzuschätzen das finish natürlich macht es schwierig diesen fight jetzt als irgendwie ähnlich wie bei corner gegen josé aldo irgendwie als stinker zu bezeichnen aber die erwartungshaltung glaube ich war da schon eine andere und wenn er den nicht trifft weiß ich nicht ob nicht die anderen vier runden auch so ähnlich ablaufen wie die ersten dreieinhalb minuten des falls nomadik diaz diesmal carlos konde das wird jetzt relativ langer abschnitt hier mit diesen aber was soll's auch hier einen anderen fight erwartet carlos kann das war so ein duell der nehmer qualitäten der kinder carlos konntet supernehmer qualitäten also auch eins der am wenigsten erwähnten kinder in der ufc geschichte aber hat sich dann einfach für eine andere taktik entschieden hat sich entschieden nicht in den offenen schlagabtausch zu gehen mit oder selten sondern auf ein stück weit point fighting zu gehen mit leckig zu arbeiten viel im rückwärtsgang zu sein zur frustration natürlich von nick der auch da einen anderen fight erwartet hätte der viel quasi hinterher gerannt ist war die richtige taktik weil carlos konntet diesen fight gewonnen hat aber hat den mit sicherheit nicht so gewonnen wie man sich das dann gewünscht oder erwartet hätte ich glaube hier haben viele gehofft lasst die fäuste fliegen wir wollen sehen welche skin zuerst nachgibt jetzt kam ich noch mal ein bisschen tiefer in der kiste bevor wir gleich noch mal etwas aktuelleren fight haben vitor belford gegen randy kultur zweiter fight der erste fight das war eine relativ eindeutige nummer für für randy und damals wirkt also das war doch zu der zeit da gab es auch immer so wie so jetzt kurz so die drei charakteristischen dinge für jeden fighter hält den zermischen rekord noch nie ausgenockt worden und siegesserien irgendwas was immer so als kleine hot takes mit reinkommt und ja weiß ich noch bei vitor belford stand halt keine bekannten schwächen also das war noch zu der zeit wo du gedacht das alter schwede kommt der aus dem labor war das ist das für eine maschine ja randy kultur hat den da auch und gelutscht im ersten fall relativ relativ kompromisslos käfig clinch boden ground and pound ende zweiter fight fing quasi ähnlich an aber vitor hat es geschafft mit einem haken wenn die nicht mal wirklich sauber zu treffen wir sehen erwartet also findet eigentlich einen guten moment um zu kontern wir sehen aber jetzt auch an der kopfbewegung von randy dass er da wirklich nicht zur seite geschleudert wird das war kein kind treffer das augenlied wurde getroffen von randy und es gab innerhalb der ersten drei sekunden glaube ich ein cut der referee hat den fight dann unterbrochen ringarzt hat abgebrochen und gesagt ja gut neuer champion vitor belford ja kein fight den man sich so gewünscht hätte enttäuschend soll ich da noch mehr zu sagen und zum abschluss und natürlich komme ich auch um diesen so einer meiner persönlichen hast falls ich hätte auch wahrscheinlich rose nomadunus gegen kala espasa teil zwei mit reinnehmen können aber sie gegen joel so viel erwartet so wenig bekommen und ich weiß nicht ob wir hier die szene mit drin haben wo es wirklich eine richtig gute overhand gegeben hat von joel romero und sie sich dann vielleicht einfach gedacht hat nope davon will ich ich glaube das ist sie hier springen wir noch mal rein und sich da einfach gedacht hat nein danke davon will ich mir keine zweite einfangen das hat relativ früh einfach dafür gesorgt dass sie sie dann ein bisschen umgeswischt hat auch das kann ich ihm nicht vorwerfen wenn joel da noch mal ein bisschen gezielter hinterher geht ist das ein treffer der sie mit sicherheit gut durchgeschüttelt hat ja und dann haben wir einfach viel stehen tänzeln showmaking gesehen sie hat vielleicht ein ticken mehr gemacht als romero wobei das auch debattierbar ist war kein schöner fight hat keinen spaß gemacht joel romero muss man damals natürlich aussagen war er schon 40 auf jeden fall ende 30 und mit seinem kampfstil keiner der also ich verstehe warum er so gekämpft hat ich verstehe auch warum ist sie so gekämpft hat aber bitte versteht auch meine enttäuschung ich habe was anderes erhofft oder mehr erwartet joel konnte einfach nicht mit dem jüngeren fighter der der bessere technischere striker ist über fünf runden hohes tempo gehen das hätte man einfach nicht nicht ausgehalten grappling er da vielleicht mehr einsetzen müssen zumindest die gefahr mehr zeigen können sie ist einfach nach diesem ersten richtig guten treffer nicht mehr so sehr auf risiko gegangen und hat gesagt nehmen so ein kevin gestern und fight will ich mit dem typen nicht haben verständlich auf beiden seiten aber er hat mich dann schon ein bisschen enttäuscht hängen lassen zum schluss so das war jetzt glaube ich relativ ausführlich dieser abschnitt hat jetzt schon 20 minuten eingenommen wahnsinn das waren jetzt so meine falls wo ich das gefühl hatte hype und das war schlussendlich was wir bekommen haben oder was wir hätten bekommen können hat nicht zusammengepasst vielleicht habt ihr noch den ein oder anderen vorschlag parat nächste frage von chadolomingo moin paco omelis knie gegen chito veros kopf hat ein ekelhaftes geräusch gemacht ja das war wirklich ein unangenehmes geräusch als hätte es was zerbrochen oder zumindest hart angeknackst in der top 10 meiner aufprallgeräusche wie vera das weggesteckt hat wirklich unmenschlich der kampf hat ihn aber mindestens ein jahr lebenszeit gekostet gut möglich was sind deine top 10 lieblings aufprallgeräusche liebling ist natürlich da ein bisschen zynisch und auf dem top 10 komme ich auch glaube ich gar nicht das ist jetzt auch wieder eine nummer wenn ich da bildmaterial laufen lassen muss wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen problematisch werden deswegen werde ich den sound einblenden das bild nehmen wir aber einmal ganz kurz raus bei den aufprallgeräuschen muss ich wirklich dazu sagen da hat ein stück weit auch die pandemie beziehungsweise wie die falls ohne publikum stattfanden dann das positive gehabt man konnte zumindest die aufprallgeräusche besser hören und ja ein fall der mir da sofort eingefallen das war halt just engage gegen tony ferguson wenn wir da mal reinhören also da hat man eigentlich immer diese treffer einfach gehört ob die jetzt auch auf den arm ob die geblockt wurden ob die aufs kinn gekommen sind das waren sehr sehr viele böse treffer für mich aber wirklich als top geräusche und da war auch tatsächlich publikum mit dabei unter anderem white man als er sich das bein gebrochen hat da haben wir auch noch mal kurz rein weil man da auch dieses geräusch von von bein auf bein hört ich meine das hört sich jetzt auch nicht anders an wenn der wenn der leckig wirklich trifft das war ein fieses geräusch genauso wie das geräusch von anderson silva da dieses und danach dieses zusammensacken halt ja das sind wirklich geräusche läuft es einem oder läuft es mir zumindest kalt den rücken runter aber das ist halt natürlich die realität die man häufig vielleicht dann gar nicht so wahrnimmt wenn man nicht vielleicht auch selber trainiert und dann auch noch selber relativ hartes sparring macht das hat man ja auch bei chance sieht man in jeder chance strickland sparrings einheit auch hier gegen diesen sneaker da ist halt dann mal schon was anderes wenn wirklich leder mit wucht auf aufs gesicht auf den körper des anderen trifft oder halt in einigen fällen wenn es schienbein auf schienbein ist schienbein auf knie oder wie bei omelie knie auf auf schädel ja da kommen halt schon sehr unappetitliche geräusche mit zustande und ja das sind jetzt keine die ich wirklich da genieße sondern eher wo ich sage gut da läuft mir schon so leichter schau über den rücken ich bin's der kritiker 4 2 3 5 stellt die frage wer würde gewinnen mcgregor 20 23 ohne vorbereitung gegen omelie mit vollem trainings camp ohne gewichtsklasse also jetzt die frage bereitet sich omelie auch auf einen fight dann in dieser höheren gewichtsklasse vor weil ich glaube omelie der wird auch zuversichtlich nicht mit 135 von drum laufen also 145 von kein problem wahrscheinlich sogar eher leichtgewicht 155 von gewichtsvorteil ohne wenn und aber bei mcgregor aber ich bin also wenn die beiden jetzt aufeinandertreffen würden und mcgregor würde auch trainieren ohne vorbereitung heißt jetzt der trainiert gar nicht oder der hat halt einfach nur kein richtiges trainings kein richtiges fight game weil ich glaube mcgregor ist ja durchaus aktiv im gym jetzt dass er nicht unfit ist wenn er jetzt wirklich gerade von seiner jacht runterkommt und jetzt 45 monate nicht trainiert hat wäre das noch mal eine andere wahrnehmung für mich weil so natürlich die power wird eine andere sein von mcgregor da wird omelie nicht mithalten können vielleicht von der geschwindigkeit her hat omelie den den großen vorteil körpergrößentechnisch sollten die sich nicht viel nehmen da ist omelie wahrscheinlich sogar einen ticken größer also ganz ohne vorbereitung fällt es mir schwer weil ich schon glaube dass es wichtig ist dass du da nicht kalt erwischt wirst dass du da fit bist dass ein fitter körper ein austrainierter körper besser auch treffer einstecken kann dass die reaktionszeit einfach besser bist einige sachen wirst du nicht verlernen ich kann mcgregor wahrscheinlich um vier uhr morgens wecken und der wird mir ein uppercut geben der mich schlafen schickt aber gegen einen anderen professionellen fighter ist es dann nochmal eine andere hausnummer und wenn es jetzt wirklich der mcgregor ist der null trainiert wirklich gerade von der jacht gerade eine party gemacht hat dann würde ich auf omelie tippen wenn es ein mcgregor ist der sich zumindest fit hält der regelmäßig im gym ist auch wenn es keine richtige kampfvorbereitung ist aber es regelmäßig im gym dann glaube ich dass der gewichtsvorteil zum tragen kommen würde und das mcgregor gegen omelie gewinnen würde komplett out of shape connor nein da würde ich auf omelie tippen seydon mit einer interessanten frage bin neulich mit einem freund auf eine verrückte idee gekommen kannst du nicht sagen dass du dir das selber ausgedacht hast nein alles gut welche droge wäre am besten zum kämpfen dazu das beispiel jones gegen jones nur beide sind auf einer unterschiedlichen droge also voll betrunken oder bekifft auf kokain meth et cetera welche droge würde sich durchsetzen ist ein ziemlich ist eine ziemlich bescheuerte frage aber ich fand die vorstellung von zwei zugedrönten jones oder johns im käfig irgendwie lustig die dosis macht das gift auch in diesem fall ist immer die frage ist jemand du schreibst jetzt voll betrunken es gibt einige sachen die da wahrscheinlich ausgeklammert werden dass du nicht denselben schmerz empfindet wie jemand der nicht angetrunken ist dass du vielleicht ein bisschen enthemmter bist ich weiß nicht inwieweit ihr das in dem käfig helfen wird also voll betrunken nein drunken master wenn du vielleicht gerade so ein bisschen tipsy bist kann das eventuell ein punkt sein wenn du vielleicht auch ein sehr angespannter typ ist dass du da einfach ein bisschen lockerer wirst aber im vergleich zu anderen drogen sehe ich da jetzt persönlich nicht den vorteil kokain glaube ich bist du weil da muss ich auch sagen ja alkohol in sehr geringem maßen mal bei sich geburtstagen oder sowas sehr sehr selten konsumiert kein regelmäßiger trinker gekifft noch nie noch nie koks genommen meth ja nur am wochenende nein auch keine eigenen erfahrungswerte mit diesen drogen aber von dem was was ich jetzt halt auch nur nachlesen konnte oder erfahrungen von anderen personen kokain wird ich wohl wacher machen wird ich aufmerksamer machen vielleicht besser sein für deine reaktionsfähigkeit würde ich dann eher ein vorteil sehen im vergleich zu cannabis oder alkohol auch dinge wie weiß ich nicht heroin was ich wahrscheinlich eher runter bringen soll und dir helfen soll zu entspannen hat da wahrscheinlich nicht den gewünschten effekt bei einem fight ich denke amphetamine werden schlussendlich hier der gewinner sein bei drogen einfach weil die kraftausdauer die muskelleistung weil das alles gesteigert wird deine aggressivität wird gesteigert ob da jetzt von deine libido sinkt oder nicht spielt auch im käfig keine große rolle du willst ja nicht der fight am ende auf porn ab oder so landet also da würde ich sagen amphetamine sind wahrscheinlich die wahl die man treffen sollte um da den größtmöglichen erfolg zu haben ich glaube ja auch dass ich glaube sage ich bewusst nicht weiß es nicht dass es teilweise auch mit an soldaten getestet worden ist ich habe auch so was im hinterkopf mit zweiten weltkrieg ob das jetzt wirklich so gewesen ist oder ich da einfach nur film wie hellboy im kopf habe kann ich gar nicht 100 prozent sagen aber dass das mit sicherheit einen positiven effekt haben kann auf deine kampfkraft und du eventuell dann auch so losgelöst bist dass deinem gegner wirklich den schädel komplett einschlagen willst weil du glaubst da steckt irgendwie ein höllendämon hinter also amphetamine da würde ich wahrscheinlich drauf setzen bei den anderen die dich vielleicht in rausch oder eher in entspannung versetzen wirst du glaube ich keine großen vorteile haben beim kämpfen wo es auf reaktion ein stück weit auch aggressivität ankommt ich glaube die vorteile hast du dann aber einigen drogen nicht wobei vorteile bei drogen ist immer so eine debatte ich meine ich bin da jetzt nicht komplett verschlossen dem thema gegenüber ich bin sogar eher auf dem frachter unterwegs dass ich sage warum unterscheiden wir so sehr warum sind einige drogen einfach teil der kultur oder anerkannt und bei anderen ist bloß nicht also ob jetzt einer sich da irgendwelche pilze rein wirft und der damit einen schönen trip für sich hat oder ob sich da einer zwei flaschen doppelkorn gibt und dann ebenfalls seinen rausch ausschläft sehe ich jetzt nicht so den absolut riesigen unterschied auto fahren solltest du dann in beiden fällen einfach nicht aber gut ich bin da mehr auf dem standpunkt erwachsene menschen sollten da machen was sie wollen zu führen was sie wollen ich verstehe die kritik die es da gibt dass einige sagen ja wo kommen wir denn da hin aber wie gesagt alkohol ist ja scheinbar auch okay und wie viel verbrechen begehen die menschen mit alkohol also ob es körperliche gewalt ist ob es verkehrsdelikte sind da ist glaube ich fast immer alkohol treibende kraft trotzdem sagen wir ja die letzten fünf fragen über natürlich alle einzeln ab ne sechs sogar ab handeln werden aber kommen vom elias schon sehr sehr lange zuschauer hey packo mein lieber elias hier packo ich werde jetzt den rahmen sprengen indem ich einige fragen stelle die ich mir ein bisschen aufgespart habe nachdem meine klausurphase nicht vorbei ist ich hoffe positiv gelaufen ist fangen wir an was glaubst du wer würde im straßenkampf gewinnen agit kabayel der profiboxer oder ein 85 bis 90 kilo schwerer kabayel ist natürlich ein panzer was bringt er auf die waage 110 mehr 115 kilo oder sowas riesen bursche das hat immer die die frage der der ringer oder der grappler in diesem fall gegen den boxer ja der ringer muss natürlich erstmal rankommen mit kabib haben wir jetzt natürlich einen sehr erfolgreichen ehemaligen mixed martial arts kämpfer der nicht nur ringen kann mit sicherheit sind die fäuste jetzt nicht auf dem niveau von dem profiboxer auch im schwergewicht wird er damit krafttechnisch nicht mithalten können aber wenn er ihn zu packen bekommt und ich glaube das wird er in so einem duel dann wird das sehr sehr schwierig gewichtsnachteil dahin oder her da glaube ich wieder an diese wenn die skills ungefähr auf einem level sind macht gewichten riesen unterschied aus wenn aber die skills nicht auf einem level sind dann wird das durch gewicht vielleicht ein bisschen angenähert aber nicht so wie wenn der gewichtsvorteil bei gleichen skills da ist und deswegen ich weiß jetzt bei bei agit auch nicht inwieweit der ringen kann ich bezweifle jetzt einfach mal weil ich noch nicht so viel gesehen habe einfach vielleicht ist das naiv dass er nicht auf dem niveau ist von kabib nur gemeldorf und das auch nicht sein leben lang gemacht hat sondern sich eher für den boxsport entschieden hat und das leben lang gemacht hat und ich glaube wenn der fight irgendwie im clinch und auf dem boden landet dann ist der ofen da aus wenn er ihn auf den boden bringen sollte dann wird das ein fight der kabib entgegen kommt aber auf der straße wie immer gibt es keine regeln da versuchst du ein takedown zu machen und landest selber blöd dann gibt es keinen abklopfen da gibt es nichts anderes und wenn du dann natürlich so ein ich sage jetzt einfach mal 115 120 kilo typen auf dir drauf liegen hast und der lässt plötzlich häuste regnen ja dann ist auch egal was du für ein guter ringer bist oder ob du mixed martial arts champion bist dann wird dich das schwer verletzen aber ich vertraue da auf das auf das grappling von kabib nomagomedov und dass er rein ringerisch dieses problem dann lösen würde nächste frage von der liste hat dana wirklich sterling ein lambo geschenkt ich meine egal wie reich man ist aber ein lambo kostet bestimmt eine viertel millionen und das ist sehr viel geld ein lambo ist ja kein spielzeug sondern eine ganz dicke nummer falls ich was falsch verstanden habe bitte mich aufklären also ja da können wir auch mal wieder was einblenden gab ja diesen bericht von sterling der auch ein bild gepostet hat und jetzt habe ich endlich den lamborghini bekommen den ich mir immer gewünscht habe wobei ja auch nur dana finally got me that lambo i've been asking for da steht jetzt nicht zwangsläufig was von geschenkt oder er hat ihn mir gekauft sondern er hat ihn mir besorgt gegeben und ich glaube dieser lamborghini laut diesem bericht hier der soll 652.000 pund gekostet haben also sogar noch ein bisschen mehr als eine viertel millionen omele hat darauf aufmerksam gemacht und wenn man sich anguckt hier bei royalty exotic cars in las vegas die haben darunter geschrieben champs rent with champs also champs mieten bei champions dass der wagen also nicht wirklich ihm gehört sondern dana da irgendwie gesagt hat hier guck mal ich kenne die jungs der wagen gehört jetzt einen monat dir gehört eine woche dir was auch immer fahr damit rum genießt deinen spaß schließe ich jetzt mal daraus weil ja dass selbe oder das ähnliche bild noch mal gepostet wurde von von dieser autovermietung dass dana den da nicht wirklich komplett verschenkt hat ich meine dana hat ja auch schon viel viel kohle an die an die jungs aus diesem podcast full cent irgendwie verschenkt oder heißen die an das weiß ich nicht genau da da schon relativ viel kohle locker gemacht aber warum sollte er so einen kompletten lamborghini in kaufen und dann sterling schenken dann machst du vielleicht bei jemandem wie jim miller wenn er irgendwann die 50 fights erreicht hat nie vielleicht champion geworden ist nie jetzt so eine millionen einmal verdient hat für einen fight oder eine halbe million sag sie hier als wertschätzung nimm den wagen lasst den als wertanlage unberührt in der garage stehen oder verkauft ihn sofort aber ich glaube sterling hat ihn wirklich nicht geschenkt bekommen von dana nächste frage was denkst du wird aus roberto solitz den hat man ja richtig vergessen es ist schon krass dass du plecy champion ist obwohl solitz ihn zuletzt noch ausgenockt hat und meiner meinung nach der bessere kämpfer ist der solitz hat gepokert und hat sich einfach für one entschieden da er jetzt zuletzt vor knapp einem jahr gekämpft und dieser lauf bei one ähnlich wie zum beispiel auch bei eddie alvarez nicht so gelaufen wie sich das roberto solitz denke ich mal vorgestellt hat der erste fight das war noch eine nummer ein starker grappler der endete dann in einem no contest zweiter fight da wurde er dann halt per tko besiegt und davor natürlich eine gute siegesserie hingelegt du plötzlich hat ihn auch gefinisht aber im rückkampf hat es dann roberto solitz geschafft also dass der mann qualitäten hat steht damit für mich außer frage er hat da glaube ich einfach gepokert und sich erst mal gegen die ufc entschieden und wenn du weiter erfolgreich kämpft denke ich wird die ufc noch ein zweites mal anklopfen wenn der vertrag dann irgendwann entweder erfüllt ist oder ja aufgelöst wird oder was auch immer aber wenn du natürlich da jetzt startest mit einem no contest einer niederlage jetzt ein jahr nicht aktiv gewesen bist unabhängig ob es gründe gibt ob es verletzungen gibt oder andere sachen ja dann wirst du vom radar der ufc natürlich erstmal verschwinden und dein hype geht ein bisschen unter soll jetzt ist immer noch mit 29 sehr sehr junger fighter 20 zu 4 kampfrekord 17 durch knockout oder technischen knockout das ist nach wie vor das sind geile zahlen ich sehe ihn auch sehr sehr gerne kämpfen super explosiver fighter schwere fäuste er muss jetzt einfach wieder auf die siegesspur kommen dann denke ich kann er nicht nur bei one ab liefern sondern auch vielleicht dann zukünftig doch noch mal die kurve bekommen und dann bei der ufc aufschlagen wenn er das überhaupt will bleiben wir so ein bisschen zumindest bei deutschsprachigen fightern was denkst du wie wird die zukunft von nasa hat aussehen in der ufc wie weit kann und wird er kommen champion eines tages oder doch aufgrund der skills vor allem ringerisch zu hoch gegriffen also nasa hat sehr sehr viele dinge für mich genau richtig gemacht irgendwann den weg sage ich mal über den großen teich angetreten beim trystar gym trainiert er mittlerweile kämpft er glaube ich für unter unter marokkanischer flagge da wird es ihm denke ich mal in marokko ziemlich gut gehen also da wird es ihm an nichts an nichts fehlen kann ich natürlich jetzt schwer aus der distanz beurteilen aber wenn erhalten gutes privatleben führt und da zufrieden ist wird das für eine karriere für die konzentration auf den sport mit sicherheit hilfreich sein also wenn er sich da um nichts sorgen machen muss vielleicht auch finanziell sich um nichts sorgen machen muss kann sich dann komplett auf seine kampfkarriere konzentrieren beim trystar gym nach wie vor glaube ich sehr sehr gut aufgehoben 28 jahre alt sollte jetzt also langsam so in seine absolute prime rein kommen ich denke mal so 30 31 ist genau dieser dieser süße punkt in der mitte wo du körperlich von der erfahrung mit dem training einfach on point sein soll also hätte er noch so zwei drei jahre zeit gut power der man guter striker ist er definitiv auch ja grappling du hast angesprochen das kann gerade in dieser gewichtsklasse natürlich die achilles ferse sein hatte die gelegenheiten in der ufc also es gab fights weil so eine nummer wie gegen judoba ja da wirfst halt einfach mal ein low kick während judoba gerade bam bam austeilt und dann liegst du relativ schnell auf dem boden das sind fehler die passieren halt leider die passieren auf jedem niveau bei ihm war es jetzt halt blöd dass es dann auch im fight direkt so gekommen ist dass du quasi perfekt ausgekontert wie es bei so einem low kick die falls gegen den hooker und bobby green den hooker der dann plötzlich zu hukar romanow geworden ist der da sein grappling entdeckt hat und gegen bobby green das war einfach noch da schien er nicht bereit gewesen zu sein zu diesen momenten also die haben ihm ganz klar den weg in die top 10 noch versperrt und gesagt bis hin und nicht weiter dann kamen drei gute siege gegen mcdessy gegen kenyon ist ein relativ kurzfristiger fight aber der hat richtig spaß gemacht und gegen malic da sogar ein finish geholt sehr sehr wichtig jetzt kämpft dagegen jared gordon im juni also bleibt bis sie was auch sehr wichtig ist für mich wenn wir uns anschauen hier zweimal im jahr eigentlich fast immer gekämpft seite in die ufc gekommen ist 19 nicht aber 20 zweimal 21 22 23 24 jetzt mitte des jahres vielleicht dann noch mal ende des jahres aktiv also von der aktivität auch solide gut die frage ist natürlich grappling gerade in dieser gewichtsklasse wenn du dir angucken wer sich oben rum treibt ob es ein sarukyan ist charles olivera ist champion islam makachev das kann einerseits sehr sehr schwierig sein auf der anderen seite ich gehe davon aus in zwei drei jahren werden vielleicht auch charles olivera und islam nicht mehr unbedingt die rolle spielen weil sie vielleicht entweder die karriere schon beendet haben oder in andere gewichtsklassen vielleicht gegangen sind aber ich glaube armand sarukyan ist ja sogar noch ein ticken jünger der wird bleiben in dieser gewichtsklasse und es werden natürlich neue nachkommen die ebenfalls starke grappler sind vielleicht sehen wir dann irgendwann auch in zwei drei jahren usman nummer gomedov in der ufc das heißt grappling wird ein faktor bleiben aber ja natürlich zeit daran zu feilen er muss ja nicht selber der beste offensive grappler werden sondern das defensiv so schaffen dass er den fein im stand halten kann potenzial ist da fragst du mich ganz ehrlich stand jetzt glaube ich wenn er gegen irgendeinen champion antreten würde ob es jetzt islam ist oder ein anderer aus der top vier top fünf denke ich nicht dass er da gewinnen würde chancenlos aber auch da nicht dafür ist mma einfach ein spiel von millimetern und ein fehler kann alles verändern aber als favorit würde ich ihn da definitiv nicht sehen wenn sich das bild verändert je nachdem wer dann an der spitze steht und er weiter am grappling feilt vielleicht ich kann nicht in die zukunft gucken stand jetzt muss er definitiv beim grappling glaube ich noch eine schippe drauf legen nummer fünf was ich von der alte pako ich glaube das weißt du mittlerweile deine videos und ich sind so okay beruhigt dachte jetzt kommt kurz die offenbarung packen du bist ein stinker bei aller liebe wäre es eventuell möglich weniger zeit in andere kanäle zu investieren und eventuell mehr zeit in formate wie zum beispiel mma fälle skandale die mal passiert sind und die du ausführlich analysierst und thematisierst zum beispiel wie wie der skandal um das doping von dj dillashaw oder wie der streit zwischen connor und kabib angefangen hat sowas ähnliches macht ring live manchmal oder ein wwe youtuber perky x wwe der zum beispiel den montreal screwjob analysiert hat von brett hart und sean michaels du hattest mal angefangen mit ähnlichen wie zum beispiel wie gut war bj penn oder cowboy seroni oder wie gut waren kabibs gegner aber hast aufgehört leider ich weiß der tag hat nur 24 stunden vielleicht woanders kürzen eventuell das wäre hammer ja also bei einigen videos ist es für mich auch ich meine das habe ich am rande mitbekommen dass ring live auch das eine oder andere video zwei dreimal hochladen musste wegen copyright copyright ist immer ein thema und gerade wenn ich jetzt über wie gut war spreche dann ist das auch immer eine frage kann ich da irgendein video material zeigen kann ich nur bildmaterial zeigen ist das ausreichend deswegen habe ich ein stück weit auch diese detaillierten analysen nicht komplett aufgegeben aber weniger gemacht weil es natürlich auch den spaß an der sache nimmt du setzt dich hin gibst dir wirklich mehrere stunden so da einfach mühe schaust ins klein klein und dann kommt einfach nur ein ist gestrikt kannst du nicht hochladen die arbeit war da quasi für die katze selbst wenn ich es hochladen könnte aber es würde nicht monetarisiert werden wäre die arbeit nicht ganz für die katze ne dann ist vielleicht nicht die eine oder andere münze bei rumgekommen aber dann ist zumindest etwas sichtbar so war es ganz oft einfach gar nicht sichtbar es ist immer eine frage auch da bin ich ganz ehrlich vom aufwand weil die mma news mittlerweile mache ich die halt ich will jetzt nicht sagen nebenbei aber ich setze mich halt hin klappe die ganzen news kanäle ab dies mir durch natürlich was passiert ist aber dann sage ich halt gebe ich meinen senf dazu ab das kann ich relativ frei machen wenn ich jetzt aber natürlich über solche fälle spreche wo ich dann noch was analysieren muss wirklich mehrere artikel mir wo ich recherche arbeit machen muss dann bläht das die arbeit für das video einfach noch viel mehr auf und die zeit fehlt tatsächlich irgendwo dann am tag zum einen habe ich extrem viel spaß bei den anderen projekten mit ogien auf zwei pech und schwefel auf pacco unchained weil mich einfach auch politik gerade aktuell wo es ein bisschen brennt sehr sehr interessiert und ich da einfach auch spaß habe und häufig da auch meinen senf einfach so abgeben kann nicht außen vor lassen möchte ich auch dass ich ja jetzt wieder deutlich intensiver seit mitte letzten jahres angefangen habe selber kampfsport zu betreiben nachdem ich während der pandemie so eine komplett pause gemacht habe und das ist dann natürlich auch immer eine frage also wenn ich jetzt da die woche durchgehe montag ist luther livre training dienstag ist luther livre training für meine söhne und im anschluss sparing für mich also der der dienstag der läuft wirklich so ab von der arbeit komme ich nach hause kann vielleicht gerade was einwerfen packt die tasche für die jungs fahren mit denen zum sport mittlerweile bin ich auch dazu übergegangen damit ich die zeit dann nicht komplett sinnlos rumsitze während meine jungs trainieren natürlich gucke ich zu pack ich immer meine handschuhe ein und arbeite einfach eine dreiviertel stunde am sandsack fahr die jungs nach hause wasch mich einmal ein bisschen weil ich will ja keinem zumuten dass ich da irgendwie mit meinem schweiß vom sandsack sport noch ins grappling gehe dann ist sparing also ich fahr quasi dann direkt wieder zurück zum gym macht dann die sparringsrunde das ist der dienstag abgehakt mittwoch ist 18 uhr stand sparing donnerstags ist 19 uhr auch wieder luther da habe ich auch einen langen tag auf der arbeit freitag einer der wenigen tage wo ich mich versuche an den namen zu halten frei wo ich versuche relativ wenig zu machen außer jetzt halt frag let's fight ich will damit jetzt nicht meckern oder sind ja alles entscheidungen von mir die ich so getroffen habe aber vielleicht wird da ersichtlich gerade auch mit training ist manchmal schon ein bisschen knapp ich schließe nicht aus dass auch weiterhin zu machen einfach weil ich auch glaube dass das dass da qualitäts content bei rum kommen kann rum kommen wird auch einige videos wie warum sollte man mit bjj anfangen ist dafür vor ein video worauf ich stolz bin was ich gerne gemacht habe aber in der regelmäßigkeit wird es tatsächlich einfach durch den zeitfaktor sehr sehr schwierig und da ich nicht vorhabe entweder mit training aufzuhören mit den anderen kanälen aufzuhören oder irgendwie beruflich in teilzeit zu gehen oder nur youtube zu machen muss ich weiter versuchen diese zerreißprobe zu halten und irgendwo immer ein bisschen zu machen und die letzte frage für heute und da habe ich glaube ich dann auch genug zugemutet mit meinem blabla ich habe das nicht ganz verstanden und zwar ist main event fünf runden der rest aus der titelkämpfe sind ja nur drei runden wann kann man zum beispiel entscheiden dass man doch fünf kämpfe wie pot wie paulier und benoit oder diaz und edwards kann man beliebig entscheiden wenn man bock auf fünf runden hat dass man sagt wir wollen fünf man kann anfragen natürlich bei der ufc die schlagen es dann dem gegner vor der ufc wird es in einigen fällen vielleicht egal sein nicht in jedem fall weil man natürlich auch ein stück weit planen muss und wenn jetzt jeder irgendwie auf den prelims auch sagt ja ich hätte aber gern fünf runden fight wenn die sagen ja nähe das würde die karte unglaublich in die länge ziehen bei falls wo man vielleicht das gefühl hat das ist ein wichtiger fight macht man es deswegen ist man ja irgendwann auch dazu überhören dass die main events grundsätzlich fünf runden haben das war auch nicht immer so titelkämpfe sowieso auch bmf falls oder paulia und benoit wenn man sich halt wirklich darauf einigt gage hat es auch mal gesagt warum sollte ich darauf eingehen ich kriege ja nicht mehr bezahlt für den fünf runden kampf also warum statt 15 minuten 25 minuten mich quasi mehr quälen im oktagon den gegner mehr quälen für dieselbe kohle verstehe ich auch irgendwo also ist eine frage der absprache aber die ufc wird mit sich an irgendwo ein riegel vorschieben und sagen ja kann jetzt nicht jeder schon bei den early prelims sagen wir wollen alle fünf minuten falls ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht steht auf einem anderen blatt aber da würden dann glaube ich nein sagen ansonsten ist einfach eine frage von der absprache und was vielleicht auch die ufc hört ja durchaus einige male schon auf die fans wenn die fans das vielleicht schon fordern und man denkt eine gute idee man schlägt sind weiter vor die sagen ebenfalls wie bei pori und benoit dann passt das so genug gelabert wie immer danke ich euch sehr fürs einschalten passt auf euch auf bis demnächst und let's fight auf bis demnächst die Das ist!